Das ist so nachzulaufen, da zeig keine Fremden rein, auch keine Frau. Sie haben geschworen, sie wären ein kleines Mädchen. Ja, aber sie haben sich bezahlen lassen. Eine Dame so zu behandeln? Wo ist denn hier eine Dame? Was denkst du eigentlich? Meinst du, ich gehe auf die Straße? Nein, 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 sie haben ja einen Heimsurfer. Das darf nicht. Na, wo andere Leute ein Gehirn haben, da ist bei mir so eine Lehre. Wie kommst du darauf, dass du schwul bist? Glaub, ich hab mir das eingefangen. Ansteckend. Das weiß ich noch nicht. Du bist genau das, was ich hasse. Etwas Unkontrolliertes. Etwas Unkontrollierbares. Das bist du. Jetzt sind wir wie du. Du, 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 sag mal, was machst denn du da? Ja, ich will nicht reden, hören du. Wie krass das, ja? Du hast gesagt, wir haben eine platonische Freundschaft. Ja, das ist ja auch nur auf geistiger Ebene. Du könntest eine sehr intelligente Frau sein, wenn du nicht zu dumm wirst, es einzusehen. Hast du vergessen, was wir uns alles gesagt haben? Hat dein Discount gehitten? Davon vergessen. Nullen werden nur von Nullen geliebt. Das ist ein Gesetz. Das ist ein Gesetz.